Mein Name ist Stefanie Hilgerts von der PHI Immobilienbewertung. Bei einer Kaufberatung begleite ich Sie in einer gemeinsamen Objektbegehung und berate hinsichtlich der vorhandenen Objekteigenschaften. Als Bauingenieurin gebe ich Ihnen mögliche Hinweise zu Veränderungen und gegebenenfalls erforderlichen Sanierungen. Im Vorfeld der Begehung analysieren wir anhand Ihrer Eckdaten den aufgerufenen Kaufpreis und können Ihnen so Vor- und Nachteile für mögliche Kaufpreisverhandlungen geben. Aber auch allgemeine Immobilienfragen, die bei einem Erwerb auf Sie zukommen, lassen sich in einer Kaufberatung klären, damit Sie mit einem guten Gefühl investieren können. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.